Schmerz In letzter Zeit habe ich intensive Bekanntschaft damit gemacht. Der Schmerz, der entsteht, wenn man immer wieder von derselben Person verletzt wird. Seit ich dich kenne, sprichst du davon, nach Seattle zu gehen. Wenn er dich liebt, kann er mitkommen. Ich hatte gehofft, dass wir nach London ziehen nach dem Abschluss. Und woher soll ich das wissen? Nur in diesen seltenen Momenten, wenn er mich an seine Brust zieht und Versprechungen macht, die er doch nie hält, verschwindet der Schmerz. Kommen Sie nochmal. Beziehungen sind kompliziert. Du hast einen tollen Job in Seattle, aber ich habe da gar nichts. Du hättest mich. Aber das reicht mir nicht. Wenn ich dir nicht reiche, ist das dein Problem. Meins jedenfalls nicht. Wenn ich Seattle für dich nicht aufgebe, dann war's das für dich? Das ist so typisch für dich. Du zerstörst jeden schönen Moment, den wir haben. Nein, nein. Um einen schönen Moment zu zerstören, lässt man sich die Nummer und Adresse von einem anderen Typen geben. Du entscheidest nicht, mit wem ich befreundet bin. Die wollen aber mehr als Freunde sein. Ich weiß nicht, was war es und was nicht. Das reicht, Harlan! Lass auf! Wir sind alle verliebte Idioten. Das wollte ich dir schon lange sagen. Du machst mich besser, Tess. Ferst. Ja, es Una, jeder ist schmerz. Ja, ich habe schon lange Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020